Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda The Minish Cap. So, wir waren hier immer noch in dieser Höhle stehen geblieben. Moment, hier geht es auch so lang. Und buddeln uns hier wie wild durch. In der Hoffnung hier vielleicht noch eine Kiste zu finden mit einem Glücksfragment. Hier ist nix. Hier auch nicht. Ehh. Aber hier geht eine Leiter nach oben. Das ist ja mal interessant. Um hier wieder nach unten zu gehen. Aha. Mhm. So, wartet mal. Da ist doch noch irgendetwas versteckt, oder? Nö. Das ist nur Fake. Das ist nur Deko. So, und wo kommen wir jetzt da raus? Och. Das ist jetzt gemein. Hier müsste eigentlich so eine Bohne nach oben gehen. Okay, dann weiß ich zumindestens, wie ich da... Nein, 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 nein. Was hast du mir jetzt geklaut? Nix. Dein Glück. Dann weiß ich zumindestens, wo ich hin muss, wenn ich dieses Böhnchen hier freispiele. Ach so, da war eine Kiste. Moment. Hier raus. So, und hier muss irgendwo, ne? Irgendwo. Muss hier was? Moment. Hier gibt es auch noch was. Da waren wir schon. War nicht beim Bürgermeister hier... Ach, hier, guck mal an. Und das brauchen wir jetzt. Denn wir müssen hier einmal schwimmen. Und zwar einmal... Hier hoch. Hallöchen. So, Fragmente vereinen, aber gern doch. Der Meinung bin ich auch. Und... Ha, so... Hm. Hahaha. Okay. Dann wissen wir ja, wo wir ja gleich noch hin müssen. Ach ja. Hätte ich nicht zuerst hier... Nein. Geh wieder raus hier. So, einmal hier nach unten und dann noch einmal hier nach oben schwimmen. Äh, hallo? Es ist irgendwie ein bisschen dunkel. So, warte mal. Äh, na super, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Ich habe, ich habe hier so eine Vermutung, ne? Boah, jetzt geht ihm aber auf die Nerven, ne? Und zwar, dass ich hier die Fackeln anmachen muss. Oder vielleicht auch nicht. Lass mal gucken. Wir haben die doch dabei. Oh, geh doch weg. Bringt das jetzt irgendetwas? Oder wird es hier wirklich nur hell dabei? Ich glaube, das war's, ne? Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist hier ein bisschen tauchen. Aber ich glaube nicht, dass das großartig was bringt, ne? War das hier wirklich nur für ein Glücksfragment? Das war anscheinend wirklich nur für das Glücksfragment. Okay. Ich habe schon verstanden. Wir gehen wieder. So, dann gucken wir aber trotzdem noch mal so ein bisschen durch. Ob wir hier nicht irgendetwas übersehen haben. Moment, da oben ist noch was. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Hier geht ja nix nach oben, ne? Hier war der Dungeon. Ja, auch nicht. Und da drin war ja auch, glaube ich, nix mehr, ne? So, hier wenden wir wieder unsere Spezialtaktik an. Und zwar lasst uns hier durchspringen, äh, durchspringen, genau, durchschwimmen. Und dann komme ich hier natürlich nicht raus. Doch, komme ich. Aber hier war ja sonst nix. Ne, nicht wirklich. So, und lassen den Staubsauger links liegen. So wollte ich das sagen. Aber ihr seid aber auch lästig, ihr Biester. So, ähm, die Frage ist jetzt wirklich noch, aber... Ihr nervt mich gerade. Aber hier war ich doch auch schon, ne? Ja, klar. Wie komme ich da hin? Äh, vielleicht durch... Sagt es mir kurz. Durch, durch, durch ein Glücksfragment oder so? Moment, äh, war ich da unten schon? Ach, das war ja der Weg zum Bürgermeister, genau. Ich gucke da jetzt nochmal kurz. So. Einmal nochmal klein machen. Und ab geht die Post. Na, komm. Okay, jetzt bin ich... Moment. Ha! Da habe ich doch noch das letzte Mal gesagt, wie komme ich denn da rüber, ne? Huh. Hupala. Oh, ich stelle mich aber auch gerade an, ne? Ha! Ha! Lasst uns eine Runde in den Abgrund springen. So, und das alles wahrscheinlich wieder für ein Glücksfragment. Wie ich es wusste. Na, rückwärts springen ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Okay, dann hätten wir das auch abgegrast. Weiter komme ich ja hier nicht, denn hier ist ja, ne? Ihr wisst schon, das hohe Gras, da geht es nicht durch. So. Dann fällt mir gerade noch was ein. Hier sind wir soweit fertig. Und zwar... Hatten wir doch oben in den Stadt der Wolken... Hatten wir doch auch noch in dem Tower hier ein, zwei Leute, für die wir keine Fragmente hatten. So, für dich ja. Für dich auch. Okay. So, dann gucken wir mal hier weiter. Für dich hatten wir auch schon Fragmente. Okay. Also ich war mir jetzt eigentlich sicher, dass wir hier noch Fragmente brauchen. Na, guckt mal. Also langsam gehen die Grünen wieder aus. Die Erna. Die böse Erna. Wo war denn das wieder? Ähm... Ach ja, links. Links von der Burg. Okay. So, hier hatten wir nichts mehr. Dann gehen wir noch eins nach oben. Ich glaube, das war eh dann schon das letzte Stockwerk. Wie sieht es denn mit dir aus? Für dich hatte ich auch schon eins. Okay. Oder du wolltest erst gar nicht. Keine Ahnung. Und für dich hatte ich auch eins. Okay. Ach ja. Da waren wir wieder hier. Nee, da wollen wir nicht hin. Da hatten wir auch alle Fragmente schon vereint. Das war ja das mit den Wolken. Da gab es ja nur hier die speziellen Fragmente. Also hoffe ich jetzt zumindest. So, einmal raus hier. Und dann werden wir jetzt gleich das eine, das wir hier freigesch... Moment. Wir haben ja hier noch was vergessen. Was wir noch machen könnten. Und wir könnten doch noch mal kurz zu dem hier reingucken. Denn wenn ich jetzt gerade schon da bin, ne? Nee, und er möchte nicht Fragmente vereinen. Okay. Hatten wir das schon abgeschlossen? Und zwar hatte ich hier die Bohne ganz vergessen, ne? So. Einmal den hier. Okay, das muss ich wieder von hier machen. Und dann heißt es hier wieder einmal Budden. Aber wir sind ja relativ schnell wieder da. Von daher ist das alles kein Problem. Nein, geh weg. Kusch. Also, ich bin ja mal gespannt, was wir hier oben... Vielleicht die Fernzünderbomben? Wer weiß das schon? Muscheln? Geld? Keine Ahnung. Ein Herzteil. 200 Rubine. Und dann vermute ich hier... Ähm... Noch Muscheln. Japp. Kommen die eigentlich nach unten fallen? Nö. So, das heißt, wir haben jetzt immer noch über 20 Fragmente, die wir vereinen müssen. Wo wir vielleicht mal ins Tal der Könige könnten wir auch mal gehen. Äh, wartet mal. Kann ich hier nicht gleich meine Flöte benutzen? Normalerweise ja. Dankeschön. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, hier wieder komplett durchzulaufen. Japp, möchte ich. So, und zwar links vom Schloss, ne? Das heißt... Das heißt... Äh... Wir müssen... Erstmal kurz auf die Karte gucken. Nach unten und nach links. Das war doch hier, oder? Warte mal. Mir wird hier noch so viel angezeigt. Ach, hier war das. Guckt mal. Ich muss eins nach unten, ne? Ich muss eins nach unten. Tam, tatatatam. Tadam. Ne, Moment. Das war hier. westliches Wäldchen. In dem da unten waren wir schon. War das dann hier oben? Japp. Aber hier ist ja noch nix. So, das heißt... Äh... Wir gehen noch mal hier hin. Da können wir noch nicht durch. Da auch noch nicht. Aber das müsste doch eigentlich da gewesen sein. Wir gehen noch mal hier hin. Hier war ja nur genau das Ding hier. Waren wir da schon drin? Ja. Waren wir. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Da waren wir schon. Okay. Nicht so weit. Das ist ja wieder Gongolberg. Da war ja auch nur... Bisher ist ja da auch nur... Ähm... Der... Der goldene Mob hinzugekommen. So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte ins Teil der Könige, ne? Beziehungsweise, was wir vielleicht auch noch machen könnten. Was wir auch noch machen könnten. Wir könnten hier doch noch mal... Ach, das mit der Burg, das machen wir danach. Wir gehen jetzt erst mal ins Tal der Könige. Äh, nö. Kommt hier drin, der Vogel? Nö. Äh, geht auch. So, hier nicht. Okay, dann einmal nach oben. Moment, war da ein Glücksfragment. Ne, Pfeile. Haben wir nur 99. Äh, so langsam wird es, glaube ich, Zeit, ne? Ja, 999. So, wir brauchen hier Licht. Was hatten wir denn bei dir? Willkommen am Runden, der Abenteuer. Lass mich, äh, dir neue Energie spenden. Ach so, äh, das ist hier nur für Heilung, oder wie? Und wenn ich jetzt noch mal hingehe, dann passiert nix, oder wie? Doch. Aber wahrscheinlich genauso wieder nur Heilung, oder so. Okay. Aber dieses Schnitzel. touching das Moving juga. Aber das ist ja gut. Und das ist ja gut. Aber, der Monk